Moin Moin, die Prevet und willkommen zu einem Moin of War 3 Live Commentary und heute bin ich nicht alleine, sondern mit dabei ist mein guter Freund Revelations. Ja wir spielen heute Team Deathmatch, würde ich mal sagen. Mal gucken, dass wir mal eine gute Lobby finden. Hoffentlich. Das sieht schon gut aus, Village. Downton will keiner. Aber hier auch eine Lobby zu finden ist relativ schwer. Ja, manchmal findest du direkt eine, manchmal dauert das drei Jahre, bis du eine gute findest. So, nochmal von neu. Vorhin hatten wir doch zwei gute Lobbys. Ach du Scheiße. Na gut, das sieht jetzt auf einmal auch vor. Okay, Team Deathmatch auf Carbon. Oder Carbon. Ah, was nehmen wir denn? Sagen MK14 und erstmal die Gegner muten. So. So. Los geht's. Ehh. Gucken, ob da einer durchkommt. Vielleicht schwenken wir mal. Oh, da ist einer. Garten. Nicht wundern, wenn ich hier manchmal ein bisschen, äh, defensiv spiele. Wow, das ist... Junge. Was ist denn los, ey? Kaufen sie sich hier MW3 anstatt Ghost oder was? Nein, 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 nein. Du hast dazu keinen gefunden. Okay, ich bin tot. Und wer sich jetzt wundert, warum ich mit Unterstützung spiele, ich spiele das so, weil ich, äh, hier auf Moab gehen will. Und das mir, äh, die Drohnen, Kontradrohnen, die helfen ja sehr gut dabei, die Gegner zu ordnen. Und damit sie mich nicht auf der Karte sehen, wenn ich ohne Schalldämpfer spiele. Was ich eigentlich sehr oft tue. Ich hab hier einen gehört, glaub ich. Ja. Der wollte mich grad messern. Oh, Scheiße. Da hab ich nicht nach links geklappt. Jupp. Bereit zum Stören der feindlichen Aufklärungsdruck. Kontradrohne in der Luft. Warum so ruhig? Weil ich mich konzentrieren muss, dass ich einen halbwegs guten Score rausbringe. Weil ich den Web hasse. Ich kann hier gar nichts reißen. Na. Zack. Hier oben sind welche. Ich bin grad schön umzingelt. Ich bin grad schön umzingelt. Komm her, du. Ich wollte schon grad das Endwort sagen. Ey, du. Scheiß. Ja, jetzt kommen sie mit der Striker. Ich glaub, es hat der. Okay. 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 Aber nicht die Striker. Ja, gut. Damit hab ich die. Verfickt. Nein. Wieder Atom. Nein. Ey, das gibt es doch nicht. Scheiß. Lappen, der sich zurückgesetzt hat. Mann. Ey, ich töte einen und sterb dann danach direkt. Okay, gleich. Ey, jetzt. Wo kam der denn her? Ich hab den auch erst gar nicht gesehen. Ey, er spielt Overkill Pro mit M4 Thermal und der perfekten Strike auf dem Rücken. Hätten wir mal die Matches davor aufgenommen. Du zweimal Reaper. Ich leider vor M4 hab gestorben. Oh, dankeschön. Sterben wir mal. Ich will nicht Elotrix nachmachen. Sonst flamen die kleinen Kinder wieder rum. Vermesserte Aufklärung. Nee, aber normalerweise sterbe ich ja direkt, wenn zwei Gegner kommen. Wow. Wir haben die Bühne verloren. Äh. Ich glaub, da hängen wir gleich noch ein Match dahinter dran, ey. Es geht doch nicht. Barts Triple. Naja. Das Spiel hat es nicht als... Das Spiel hat es nicht als Triple anerkannt. Oh-oh. Oh-oh. Jetzt... Ach, hier leck mich doch am Arsch. Konter-Drohne einsatzbereit. Lord Patrick. Konter-Drohne in der Luft. Das geht gar nicht, Mann. Oh-oh. Du bist nur noch so... Drei, vier Punkte auf dich zu rechts. Oh-oh. Weiter-Ladding. Alter ey. Joa. Genau. Vier... Stück waren da. Dann hältst du voll rein Dann triffst du ein paar mal Dann triffst du nicht, obwohl du drauf bist Keine Ahnung Ach komm ey So Nein Oh Mann Hast du mir gestillt? Nein Ich denke schon Ey guck dir das an Aus der nächsten Nähe schieße ich ihm in den Sack Mit einer Shotgun Mit extra Schaden und der stirbt nicht Loll Der kam angeflogen Das Ding muss ich auch mal einsetzen Oh oh Hättest du es sehen müssen Wieder zwei Hitmarker Auf den Trip mit der Striker Und schon wieder steppe ich Aufklärungsdrohne online Da ist einer Unter dir Ja Jetzt snapt er Da wollte meine Waffe gerade nicht schießen Die nächste Aufgabe Na ja 3512 geht Okay ich würde sagen wir bleiben noch hier in der Aufnahme und machen noch ein Match Das würde ich auch sagen Es ist wieder dieselbe Nein Wieder dieselbe Nein Oh doch nicht Oh ja ein Juggernaut Okay ist wenigstens unser Los tun wir es Okay das müsste eigentlich Gut gehen Außer wenn ich gleich direkt sterbe Was zu einer 80%igen Wahrscheinlichkeit besteht Oder ich gar keinen kriege Danke Euiui Fick dich So. Was machen die denn da? Keine Ahnung. Okay, die haben jetzt einen Level 80er gekriegt. Oh, 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 trip it. Nice. Jawohl. Ja, super. Nein, ey, komm, ey, Mann! Schon wieder so eine verfickte Schwache mit seinem scheiß PP90 M1-Ding, ey. Mann! Mann! Meine Fresse, ey, sterb nur durch PP90, ey. Wissen Sie, da hat doch noch Stock auf das scheiß Ding drauf. Das ist der MP, reicht dir das nicht? Ja, danke, dass ihr mich wieder klaut. Nein! Mann, ey, den hätte ich zu Reaper benötigt. Er ist erledigt! Der bündliche Predator drohne im Anflug. Ja, danke. Alter, warum treffe ich den denn nicht? Der bündliche Predator drohne im Anflug. Nein, nur. Nein, nur. Oi! Ja, ich sehe es auf der Garte. Ja, das Match ging doch. Guck dir das an, ey. Würde das Match länger gehen, ey. Okay. Hätte ich vielleicht noch eine Moe abreißen können. Aber egal. Ja. Ja, okay. Und ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Und vielleicht machen wir irgendwann mal wieder ein COD Live Commentary. Das für Daniel.